Und wir denken an Maria Kolesnikova und die vielen anderen, die in Belarus in Haft sind, nur weil sie nach Recht und Freiheit und Demokratie gerufen haben. Wir wissen, dass die Haftbedingungen seit Monaten für sie alle immer schlimmer und brutaler werden, dass die Häftlinge medizinisch völlig unzureichend versorgt werden, dass sie keinen Zugang mehr zu anwaltlicher Betreuung und viele seit Monaten kein vertrautes Gesicht mehr gesehen haben. Ich will eine deutliche Nachricht an den Machthaber Lukaschenko richten. Ihr Regime ist verantwortlich für das Leben dieser Menschen. Wir schauen nicht weg. Wir vergessen Maria Kolesnikova und Maxim Snack und all die anderen nicht, meine Damen und Herren. Applaus